Die siderische Umlaufzeit des Mondes beträgt 27,322 Tage. Die siderische Periode ist die Zeit, die ein Himmelskörper für eine vollständige Umdrehung benötigt. Im Falle des siderischen Monats entspricht dies der Dauer eines vollständigen Umlaufs des Mondes durch einen reellen oder virtuellen Fixstern. Untertitelung des ZDF, 2020 Die siderische Umlaufzeit des Mondes beträgt 29,53 Tage. Abweichend von der planetären Definition liegt der synodischen Periode des Mondes die geozentrische Längendifferenz zugrunde. Heute ist es üblich, die synodischen Perioden von Neumond zu Neumond zu messen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist üblich, die twin. Untertitelung des ZDF, 2020